FSK 93 mit der Sendung Explosion des globalen Antisemitismus, die Hartnäckigkeit eines Diabolischen. Wir beschäftigen uns schon eine Weile mit Marx, hatten uns mit einigen seiner Schriften auch beschäftigt, die mit Juden zusammenhängen und hatten das letzte Mal auch aus seinen Abituraufsätzen und frühen Briefen an seinen Vater oder von seinem Vater etwas gehört. Und das gilt es jetzt noch näher zu interpretieren, mithilfe von Albert Masicek, einem österreichischen Interpreten, der 1968 Marx in dieser Hinsicht interpretiert hat. Wir endeten das letzte Mal damit, dass Marx so einfach nicht einzuordnen ist. Weder kann man ihn einfach als Antisemiten bezeichnen, auch nicht mit relativierenden Attributen, allerdings auch nicht als selbsthasserischen Juden. Aber man findet ebenso Antijüdisches, vor allem aber Antireligiöses, trotz seiner Herkunft aus einer nicht bloß jüdischen Familie, sondern sogar Rabbinerfamilie. Wir sehen, dass wir einmal seine eigene Einsicht zu seiner Historisierung heranziehen müssen, dann aber auch Einsichten der modernen Psychoanalyse. Was sich Sexabhandlung der menschlichen Mensch, Marx, jüdischer Humanismus, untersucht die jüdische Familie nach dem Gesichtspunkt, Judentum ist lieber über die Generationen, das nach einem anderen Prinzip als die nicht-jüdische Umgebung funktioniert, er nennt es freiwillige, genossenschaftliche, auf innige Übereinstimmung bedachtes Zusammenwirken aller und beruft sich hierbei auf Leo Hirsch. Ich zitiere aus Marzicek, der hier sich auf Leo Hirsch bezieht. Wenn es etwas gibt, das ganz und gar jüdisch ist und dennoch auch von den Nichtjuden uneingeschränkt anerkannt wird, so ist es die Herzlichkeit im Verhältnis der jüdischen Familienmitglieder zueinander, die eben nicht zur Zügellosigkeit ausartet. Die Liebe der Eltern zu den Kindern ist die Grundlage unserer Erziehung. Die Liebe der Eltern zueinander gehört dazu. Die Liebe zu Gott ist die Ursache und die Liebe der Kinder zu den Eltern die natürliche Folge. Mit der Liebe steht und fällt das Judentum. Aus der Liebe folgt die milde und unermüdliche Stetigkeit in der Heranbildung der Kinder zu ihren späteren Pflichten. Man wird sie weder verhätscheln noch ihnen zu schweres zumuten, sie weder in Furcht setzen noch sich gehen lassen, sodass sie die Ehrfurcht verlieren, sondern ihnen als ein rechtes Beispiel vorzuleben bemüht sein. Das könnten wir ja heute vielleicht sogar für die Erziehung immer noch unterschreiben. Und da die Familie Marxens eine Rabbinerfamilie ist, die das Ideal hochhielt und auch zu befolgen trachtete, kann Masizek schließen, dass genau dieses Prinzip ist, das wir letztes Mal in den Briefen Marxens vernehmen können. Etwas anderes jedenfalls als das, wo die Ellen in einem Film mit dem Satz haben wir nicht die Nächstenliebe eingeprügelt, dass die Eltern ihrem Kind, das bei einem Verbrechen erwischt wurde, entgegneten. Masizek spricht von einer Dialektik im Denken und Leben der Einzelnen und dem Kollektiven des jüdischen Volkes, in der nicht der individuelle Lohn, sondern die Ewigkeit des jüdischen Volkes die Liebe zu den Eltern verbirgt, also nicht das, was andere imaginäre vorgestellte Gemeinschaften, wie die relativ neue der Nation, predigen, die Ausdruck einer antagonistischen Gesellschaft sind. Die traditionellen Antisemiten, sogar Philosophen des deutschen Idealismus darunter, haben deswegen ja auch von einem Staat im Staate gesprochen, eben weil die vorgestellte Gemeinschaft der Nation nicht die antagonistische Gesellschaft in einer Gemeinschaft aufhebt, sondern dies eher herbeifantasiert. Die moderne Gesellschaft ist so beschaffen, dass alle Menschen sich als Fremde begegnen, allenfalls über Geld miteinander kommunizieren. Zigaretten aus einem Automaten zu ziehen, setzt den Raucher in eine soziale Beziehung mit den Anbauern von Tabak, mit Seeleuten, Fabrikarbeitern und so weiter. Wenn er über das Elend der Tabakarbeiter, Transporteure und so weiter in den Nachrichten hört, während er sich Nikotin und Teer in die Lunge pfeift, wird er die Beziehung zwischen sich und den Arbeitern keineswegs präsent haben, weil sich so etwas nur denken lässt, nicht empfinden oder unmittelbar wahrnehmen. Oder wenn wir heute, wenn jemand so etwas täte, täglich das Telefonbuch lesen, werden wir nur selten auf jemanden treffen, den wir persönlich kennen. Dennoch wird das aseptische Mittelstandsneutrum der Statistik, bestimmte Menschengruppen für Fremde als normal fremd halten, inbrünstig überzeugt davon, dass die sogenannte Kultur der eigenen tatsächlich Gemeinschaft herstellt, obwohl das schwerlich der Fall ist. Denn verbunden werden die Menschen in der modernen Gesellschaft durch wahre Geldbeziehungen zwischenmenschlichen Beziehungen sind wesentlich über Sachen vermittelt. Dass ich hier auf den Fetischismus der Ware, des Geldes, des Kapitals anspiele, wie ihn Marx im Kapital und anderen Schriften herausgearbeitet hatte, wird jeder, der sich daran erinnert, dass ich die Interpretation von Moishe Poston, des Antisemitismus, als eine weitere Form des Fetischismus, von verschiedenen Blickrichtungen dargestellt habe und aus traurigem Anlass muss ich erwähnen, dass Moishe Poston vor einigen Tagen nach länger schwerer Krankheit gestorben ist. Wer das Buch Zeit, Arbeit und gesellschaftliche Herrschaft eine neue Interpretation der kritischen Theorie von Marx gelesen hat, – wehe dem, der es noch nicht hat, er ist verdammt ein Exemplar, weil es ja ihrer Verlacht zu erstehen – wird die Widmung hoffentlich nicht übersehen haben. Für meine Eltern Abraham und Evelyn Poston. Auch Moishe Poston stammt aus einer Rabbinerfamilie, was bewusst oder unbewusst das Verständnis von Marx beeinflusst haben dürfte. Marx steht ziemlich am Anfang der Entwicklung der modernen kapitalistischen Gesellschaft, Postone eher am Ende, wenn das aktuell nicht etwas übertrieben ist. Aber das jüdische Erbe spielt für ihn dann doch eine Rolle und wie es bei Marx zu erkennen ist, darf man das nicht unterschätzen, weil dieses auch wirkt, wenn es verleugnet wird, wegen des Drucks der Gesellschaft. Was heute selbstverständlich erscheint, der Zerfall der Familienstrukturen, war es zu Zeiten Marxens nicht. Und auch heute bestätigen die Ausnahmen die Regel und nicht alle haben Eltern, die einen die Nächstenliebe, nach diesem Motto von Wodiel, einprügeln. Das Prinzip Familie hat eine spezifische gesellschaftliche Dynamik. Bei aller Ungleichzeitigkeit finden wir eine Dynamik von doppeltem Charakter. Einerseits tendiert die Gesellschaft zur steigenden Vergesellschaftung versus Vergemeinschaftung, was mit Rationalisierung, Integration aller menschlichen Beziehungen in die entfaltete Tauschgesellschaft verbunden ist und für die Familie bedeutet, dass ihre gesellschaftlich gesehen irrationalen Momente zurückgebildet werden. Gerade auch dann, wenn Regierungen die Familie so sehr betonen. Auf der anderen Seite haben wir ein eklatantes Missverhältnis zwischen den totalen gesellschaftlichen Mächten und dem Individuum. Das dazu führt, dass das Individuum gerade in jene kleinsten Verbände wie die Familie zurückkriechen möchte, deren Bestand gerade durch die allgemeine gesellschaftliche Entwicklung getrübt ist und unvereinbar erscheint. Wir haben also den realen Widerspruch, dass die Tendenzen, die die Familie bedrohen, sie zugleich, möglicherweise temporär, fördern. Dennoch ist die Familie auch von innen gefährdet durch die fortschreitende Vergesellschaftung mit ihrer beinahe lückenlosen Erfassung und Kontrolle der Triebe. Die Gesellschaft spiegelt sich wieder in der Irrationalität der Familie, während angeblich alles in jener vernünftig zugeht. Der Markt und Muddy Merkel werde schon richten. Die Familie macht aus ihrer eigenen Irrationalität eine Ideologie, indem sie sich traditionell im Sinne Max Webers gebärdet, aus Ressourcen der Tradition schafft, die schon lange am Vergehen sind. Die Krise der Familie lässt sich schwerlich leugnen, wie die Misshandlung von Kindern, die von den Jugendämtern registriert werden, bezeugen. Als die Familie den Angehörigen noch Schutz und Wärme gewährte, konnte ihre Autorität sich noch als rational rechtfertigen. Insbesondere das tradierte Eigentum war ein Motiv für die Erben, den Eltern zu gehorchen. Das war allerdings auch schichtenspezifisch und die Familienautorität, also auch Sexualtabus, haben sich gelockert, weil die Familie den Lebensunterhalt nicht mehr zuverlässig garantiert und das Individuum vor der immer mächtiger werdenden Umwelt nicht mehr schützt. Wenn heute noch an positive Kräfte der Familien appelliert wird, ist das heute hohl. Der Zerfall der Familie hat allerdings nicht nur den positiven Aspekt, der Befreiung von heteronomer Autorität, weil nicht notwendig, an deren Stelle freiere, weniger autoritäre Formen treten. Familie war immer auch mehr als deren Ideologie. Sie war nicht nur Agentur der bürgerlichen Gesellschaft oder die Zelle, in der vor allem die Mütter die Kinder patriarchal konditionierten. Es steckte auch der Anspruch einer Idee von Würde dahinter, die als Menschenwürde auf Emanzipation drängt, der Gedanke an einen realen Humanismus. Genau diese Ressource gehörte die Kraft bei Marx, die zur Gesellschaft und Emanzipation drängte. Die Krise der Familie ist gleichsam auch die, die der Humanität von der Maschitzek hinsichtlich Marxens spricht. Das beschreibt er folgendermaßen. Die Dichte der Beziehung zu Familie und Volk, nicht unterbrochen durch das Sterben und Geborenwerden der Generation, dieses kollektive jüdische Bewusstsein, unterscheidet sich in allem und jedem vom Verhältnis des Einzelnen zur Gesellschaft bei den nicht-jüdischen Völkern. Was beginnend mit Karl Marx und Sigmund Freud vor allem jüdische Gelehrte in Soziologie und Psychologie zu wissenschaftlicher Bewusstheit erheben, ist älteste jüdische Kollektiverfahrung. Gerade weil der Mensch hier als je ganz besondere Individualität gesehen und erlebt wird, wird die Bedeutung der Besonderheit des Kulturerbes für das Werden der Individualität erkannt. Und ein Stück weiter. Mutter Marx hat anhand graphologischer Momente das Fehlen von Neigung zu starken Emotionen und geistigem Schwung nachzusagen, ist unvereinbar mit dem, was aus den Dokumenten der Familie Marx als einfache, brave, tüchtige, ungebildete Frau, die ganz in der Sorge um Haushalt und Familie aufging, zu bezeichnen, ist Teil derselben Interpretation, nach der die Endpassagen Karl Marx in seinem Brief an den Vater überspannte, unecht wirkende Beteuerung inniger Anteilnahme und ewiger Liebe sind. Die Interpretation jüdischer Verhältnisse durch Nichtjuden führt leicht zu Fehlschlüssen. Da bezog Marx sich auf Künzli, also ein konservativer, aus der Schweiz stammen will, Marx-Interpret, der zu neuen Rechten gehört. Also da bezog sich auf Künzli, der Marx über die Familiengeschichte destruieren, also heute würde man sagen, dekonstruieren wollte. Und doch mal massiv steckt. Jüdische Intellektualität zeichnet sich vor nichtjüdischer Geistigkeit gerade dadurch aus, dass kalte, nüchterne Rationalität mit warmer Mütterlichkeit zu einem Ganzen wird. Diese Zusammenfassung in einem Satz erinnert ein wenig an Hölderlins Hast du Verstand und ein Herz, so zeige nur eines von beiden. Beides verdammen sie dir, zeigst du beides zugleich. Das dann auch auf eine antijüdische Tendenz des Zeitalters verweist, die bei Marx noch nicht gegeben ist. Der paulinische Dualismus mit seiner Trennung von Leib und Seele, ein griechisch-philosophisches Erbe, spielte im Judentum keinerlei oder nur kaum eine Rolle, außer in Zeiten größeren Einflusses der Umgebung, die auch zu größerer Abgrenzung gleichzeitig nach außen führte. Massisch-Sex-Abhandlung sieht so denn auch die Dialektik Marxens in der jüdischen Tradition. Aber auch darüber hinaus sieht er den Gedanken menschlicher Emanzipation in solch Tradition gegründet. In einem nicht-reaktionären Sinne, wie bei den Denkern der Restauration, wird so die jüdische Familie zum Mikrokosmos des utopischen, menschlichen Makrokosmos für Masizek. Für Marx arbeitet er das folgendermaßen heraus. Die jüdische Familie als paradigmatischer Mikrokosmos für den zukünftigen menschheitlichen Makrokosmos ist nicht Städte der Erziehung oder Primärgruppe im allgemeinmenschlichen Sinn. Den Mutterpflichten und der väterlichen Ernährerpflicht steht im jüdischen Familienrecht die Pflicht des Vaters zur Seite, seinen Sohn die Tora zu lehren. Dieses Lernen ist der Ehe selbst eminent und die Basis aller Erziehung. Zugleich das Action System des einzelnen Juden, die Integrationsbasis für sein Wirken im Volk und für das Wirken des Volkes gegenüber Gott und der Menschlichkeit. Entsprechend dem Entbinden der Menschenwürde im jüdischen Kind ist die Aufgabe des Unterrichts durch den Vater die Entbindung der Lehrkraft in denen, die sich selbst nur für Schüler halten. Das ist das Wesen der in christlichen Landen so gern verhöhnten Judenschule des lebendigen Fragens und Gegenfragens, durch das sich unser Lernen das Alte wie das Neue von einem Vortrag oder selbst von einem guten Universitätsseminar unterscheidet. Darum ist Marx Judentum der Mutterboden seiner Dialektik. So wenig sich Gott für die Juden in Abstraktionen erweist, so wenig besteht das jüdische Lernen im Aneignen von abstrakten Merkstoff. Wie Gott sich in der zeitlichen Konkretheit der Geschichte bezeugt, so ist es Aufgabe des jüdischen Menschen an der Geschichte als einem Heilsgeschehen konkret mitzuwirken und dies im Studium zu erlernen. Darum ist Marx Praxisbegriff ohne sein Judentum nicht zu verstehen. Im jüdischen Leben, so Marx ist der Bund mit Gott die gegen die Ausbeutung des Menschen gerichtete Sozialverfassung. Das hatten wir letztes Mal auch an den Abitursaufsätzen Marxens erkennen können. Wenn über Berufswahl die Rede ist, das war in seinem Aufsatz der Fall, so steckt da schon etwas drin über das Wirken für die ganze Menschheit. Also nicht bloß für die eigene Gruppe. Etwas, was in Lessings Erziehung des Menschengeschlechts auch nuanciert wird. Heinrich Marx, der Vater von Karl, sah ja in der Assimilation oder Konversion mehr das Ablegen von Äußerlichkeiten, wie andere Assimilierte auch, die von der Annahme ausgehen, es gäbe eine gemeinsame Basis von Juden und Nichtjuden, die neben Konfession, Gewohnheit und Sitte nur sekundäre Bedeutung hätten. Wie Lessing sah man sich dadurch veranlasst, weil im Wesen des Judentums die Offenheit zur ganzen Menschheit konstituierend ist. Ghetto und Umwelt standen demnach auch im Verhältnis der Verwandtschaft und totalen Reziprozität und die Judenemanzipation hat die Wirksamkeit der Kategorien im Einzelnen verändert, aber im Ganzen verstärkt. Der Assimilationsdrang, so Maschicek, hat das Kulturspezifische des Judentums vor allem durch die Identifikation mit der Menschheit nicht beeinträchtigt, sondern verstärkt. Wir haben ja auch festgestellt, dass die Antisemiten das unbewusst registriert haben und das Moment des Nicht-Mischens spielt ja eine Rolle für alle Spielarten der Judenfeindschaft, aber auch für gegensätzliche Menschenfeindlichkeit wie Rassismus und Frauenhass und Homophobie und so weiter. Die Assimilation oder auch nur die Begegnung des Judentums mit der nicht-jüdischen Welt hat Maschicek zufolge vielerlei Folgen, von denen er so zehn explizit anführt. Also die Reduktion des im konfessionellen Sinne gläubigen Judentums auf eine kleine Minderheit. Zweitens Reduktion des früher welt- und lebensumfassenden jüdischen Glaubens auf eine Konfessionalität im christlich-abendländischen Sinn im Bewusstsein von breiten jüdischen Schichten. Dies haben wir in anderen Zusammenhängen auch schon gehabt. Diese Konfessionalisierung, die im 18. und 19. Jahrhundert am Laufen war und dann scheitern musste und das Scheitern führte dann geradewegs auf Auschwitz. Dann drittens der Zwiespalt zwischen diesen beiden Gruppen. Viertens der Kosmopolitismus der Assimilanten. Die Hominis Novi, also neun Menschen, wie Jakob Burkhardt, die Juden in seiner Privatkorrespondenz in eine für seinen Konservativismus signifikanten Mischung aus Beklemmung und Faszination bezeichnete, dynamisieren die ständig statistisch agrarische alte Welt. Die Geschichte erscheint als Prozess. Die Welt als Einheit, Gegenwart und Zukunft treten an die Stelle der geistigen Vorherrschaft der Vergangenheit. Fünftens Ausweitung der religiös fundierten habituell christlichen Judenfeindschaft zum politischen Antisemitismus als dem militanten Ausdruck globaler Verschiedenheit der nichtjüdischen Kulturalität von der jüdischen Auch dazu hatten wir auch schon einiges gesagt. Sechstens führende Beteiligung von Assimilanten an der sozialistischen Befreiungsbewegung des Proletariats. Wir haben da ja auch andere wie Moses Hess bereits auch schon erwähnt. Siebtens Gefahr des biologischen Endes des Assimilantentums infolge des Erlöschens der jüdischen Familie als der Einheit von Ethik Religion und Alltag. Also hier sieht man auch Konsequenzen aus der Religionisierung und Konfessionalisierung, wenn dies dann einhergeht nicht mit einer Emanzipation, sondern mit der Assimilation. Also in einem radikaleren Sinne noch werden die Juden dann als Einheit ausgerottet. Achtens Neubesinnung der durch Emanzipation und Assimilation ernüchterten Teile der Judenheit auf die Besonderheit ihrer Lebensform. Neuntens Begegnung von Christentum und Judentum auf der Basis gegenseitiger Anerkennung. Zehntens Anzeichen einer Rückwendung der christlichen Kirchen zur jüdischen Ausgangsbasis ohne der Reziprozität gerecht zu werden. Alles das wiederholt sich ja in der Geschichte. Das ist nicht erschöpfend, entspricht aber dem, was wir bei der Parallelentwicklung von Juden Emanzipation, Konfessionalisierung und Religionisierung auch schon feststellten und was auch noch den Antizionismus, der das Jüdische nur religiös in den Blick nimmt und die ethnische Dimension, die eine größere Tradition hat, verleugnet. Masi Steck behandelt dann die Assimilation der Familie Marx, die in den ersten sechs Lebensjahren, also vor der Taufe von Karl Marx, aber noch keine Rolle spielte und eine innerliche Zugehörigkeit zum Judentum keinen Abbruch tat. Die Tradition, mit der Heinrich Marx äußerlich gebrochen hatte, war ja aus Familientradition ein äußerst gewichtiges. Der Vater von Heinrich, Mordechai ben Samuel war Rabbiner gewesen, wie auch die mütterliche Familie eine rabbinische Tradition hatte. Der Bruder von Heinrich, der Onkel Marxens, war Rabbiner in Trier und starb, als Karl achteinhalb Jahre alt war. Hier ist auch wieder von Bedeutung, dass die Funktion von Rabbinen nicht mit dem Klerus christlicher Konfessionen vergleichbar ist. Wir haben das auch schon etwas diskutiert, dass im Zeitalter der Religionisierung und Konfessionalisierung die christlichen Kirchen als Vorbild genommen worden ist und sich die alten Traditionen abschwächten. Aber sie sind nicht völlig verloren gegangen. So kann das auch für diese Epoche nicht gelten, dass die Rabbiner nur so etwas sind wie Pfarrer, nur dass sie den Juden vorstehen. Das ist das, was auch Masitschek dann näher erläutert. Diese Rabbiner sind nicht nur als Lehrende der Tora und religiös-ethische Vermittlung zuständig, sondern auch an Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit beteiligt und vertraten jüdische Familien gegenüber der nicht-jüdischen Umgebung. Heinrich Marx war ja auch Jurist, allerdings im Staatsdienst tätig. Das entspricht ja auch einer Stärkung der Familien gegenüber Gesellschaft und Staat. Wenn Gegner und Freunde der Lehre von Marx das jüdische Erbe gern ignorieren, manchmal wurde Marx auch von ehemaligen Mitstreitern als Jude beschimpft, wo das immerhin noch deutlich war, warum er selbst sein Judentum nicht vor sich her trug. Und sein Vater wirkte durchaus politisch in der literarischen Casino-Gesellschaft, wo er im demokratischen Sinne in Festreden wirkte und bei Protestveranstaltungen wurde die Tricolore geschwungen und die Marseillers gesungen, die französische Nationalhymne, da geht das übrigens auch sehr blutig zu im Text. In Erinnerung an die Juni-Revolution 1830, wobei Heinrich Marx als preußischer Beamter sich bei diesen Aktionen etwas zurückhielt. Wir kennen das ja auch noch aus den 70er-Jahren mit den Berufsverboten. so etwas hätte ihn dann auch erwartet. Aber er hatte auch eine gewisse Bildung, der ja auch Marx folgte. Er hat Rousseau gelesen, Voltaire, Locke, Lessing sogar studiert und kannte die Literatur der französischen Aufklärung. Als die napoleonischen Ausnahmegesetzen, davon hatten wir auch schon gesprochen, für die Juden aufgehoben wurden, hatte er es schwer, weil nur die Alternative übrig blieb, seinen Beruf als rheinisches Justizpersonal zu quittieren oder sich taufen zu lassen. Damit ist nötig gemeint, christlich taufen. Auf Gesinnungslosigkeit beruhte das nicht, sondern auf Überlebenszwang im Gegensatz zu den ekligen Bemerkungen von Künzli, auf die Masitek hinweist. Sonst wäre das ja auch nichts aus, sonst wäre ja auch nichts aus dem Lebensunterhalt der Familie Marx gewesen. Und da konnte ja noch Engels nicht für ihn aufkommen. Aber im Briefwechsel von Marx und Eltern ist von Gott ja auch manchmal die Rede, aber vom Judentum nicht. Das ist erklärungsbedürflich. Was Masitzeck darüber sagt, ist äußerst interessant. Die Rede, die Heinrich Marx in der Casino-Gesellschaft gehalten hatte, entsprach zweifellos seinen aufklärerischen Überzeugungen, aber auch sein Bestreben, gerade als einziges Mitglied der Trierer Judengemeinde, ein besonders patriotisch und zugleich fortschrittlicher Bürger und Beamter des Königreiches Preußen zu sein. Aus dieser war assimilanten so häufigen Tendenz, sie ist, wie schon gesagt, eine der Folgen christlicher Unterdrückung und Verachtung während eines Jahrtausends und gleichzeitig der beste Beweis für das menschheitlich offene Projective System stammt auch die spätere briefliche Aufforderung an den Sohn Karl, einen verpreußen ehrenvollen historischen Moment in einer Ode patriotisch gefühlvoll und mit deutschen Sinnen zu würdigen. Das schreibt also Heinrich Marx an seinen Sohn aber dann doch weiter doch ich kann nur vorschlagen raten du bist mir entwachsen bist überhaupt in diesem Punkt mir überlegen und so muss ich dir überlassen was du beschließen willst 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 viel sagend ist dass im ganzen Brief wechsel zwischen Vater und Sohn das Wort Jude nicht vorkommt ein Umstand der darauf hinweist dass das Thema Judentum aus dem Bewusstsein der Familie Heinrich Marx verdrängt worden war dies obwohl es nahe Verwandte gab die weiterhin jüdischer Konfession waren Bei Karl Marx selbst folgt diese Verdrängung die beim Assimilententum so häufige Verachtung des Judentums doch gibt es spärliche Hinweise darauf dass er sich seiner jüdischen Herkunft stets bewusst war und sie doch nicht wahrhaben wollte Daher etwa rührt die Verstimmung gegen seinen Schwiegersohn Charles Long Weil dieser einmal erwähnt hatte Marx Braut Jenny von Westfalen hätte vor der Heirat Rassenverurteile ihrer Familie zu überwinden gehabt Die Forschung hatte es gern Marx als Genie darzustellen als Produkt abendländischer Philosophie Geschichte oder des jüdischen Selbsthasses je nachdem aber Masiček sieht darin dass dabei auch das Werk von Marx und außerdem das Judentum getroffen werden sollten und das spitzt Masiček zu in dem Satz Minderung Verheimlichung oder Psychologisierung des Marxischen Judentums ist gleichzeitig ein Insult gegen das Judentum eine Vernichtigung die mit der Vernichtung der Juden in Auschwitz letztlich eins ist wenn sich der Antisemitismus heute wie auch teilweise zu seiner Lebenszeit sich gegen Marx richtete wie wir es bei Proudhon oder Arnold Ruge sahen dann trifft es auch die Momente des Werks die in der falschen Verwirklichung im Osten unterschlagen wurden Marx konnte noch Hoffnung haben dass der menschliche Mensch etwas war das erstrebenswert und menschlich erreichbar war heute bedarf es dafür größere Anstrengungen wie sie bei Ernst Bloch oder Theodor Adorno exemplarisch vorliegen die durchaus diese Momente auch eingefangen haben und selber aus jüdischen Familien stammten Marx war zu seinem universalen Horizont aus der Universalität seiner frühkindlichen Erlebniswelt herangewachsen so wie der durchschnittliche abendländische Mensch aus seiner von Individualismus und Subjektivismus geprägten frühkindlichen Erlebniswelt in seine individualistische und subjektivistischen Selbstverständlichkeiten hineinwächst Marx fundamentales Anderssein war möglich weil er Erbe einer vom christlich abendländischen Leben und Denken verschiedenen 4000-jährigen Tradition gewesen war der jüdischen Tradition und das Unverständnis abendländischer Denker gegenüber Marx findet seine Erklärung in einer Grundeinstellung gegenüber einem jüdischen die an dieser Stelle durch zwei Fakten nur angedeutet sei sogar ein Jakob Burkhard stand wie bereits erwähnt dem Judentum als dem ewigen Außenseiter der abendländischen Geschichte ablehnt gegenüber Aber gucken wir uns noch einmal die Pariser Manuskripte also das als philosophisches Hauptwerk könnte man das nennen von Marx jetzt schauen wir es mal näher an 1932 erschienen die Pariser Manuskripte von Marx in denen sich die folgende Passage des 26 jährigen Karl Marx findet Der Tod scheint als ein harter Sieg der Gattung über das Individuum und ihrer Einheit zu widersprechen aber das bestimmte Individuum ist nur ein bestimmtes Gattungswesen als solches sterblich Masizek hat eine parallele Formulierung in Franz Rosenzweig Stern der Erlösung gefunden das er als Hinweis auf ein jüdisches Erbe in den Pariser Manuskripten nimmt also Franz Rosenzweig war ja auch derjenige der sich viel mit Hegel beschäftigt hatte das muss man dann auch wissen aber auch viel mit Schelling und der Stern der Erlösung hängt ja sehr von Schelling Spätphilosophie ab was man von Marx allerdings genauso sagen kann Friedrich Engels hat ihn ja aus den Vorlesungen von Schelling die er da neben Feuerbach Kilkega und solchen Leuten besuchte hat ja dem Marx auch davon berichtet ja nun Franz Rosenzweig Ähnlichkeit zu den Marx Zitat der Teil des Menschen an dem die Gattung sich ihr Recht nicht hatte nehmen können der fällt im Tode dem Nackten dem übergattungsmäßigen Allgemeinen der Natur selber zur Beute Masiček interpretiert das noch in einem Satz die auffallende Übereinstimmung von Marx und Rosenzweig berührt umso stärker wenn man sich vor Augen hält dass Marx im Jahre 1844 jeden Glauben an Gott verworfen hatte Franz Rosenzweig hingegen zutiefst gläubiger Jude war dies kann man bei Marx auch seiner Befassung mit Hegel zuschreiben aber das wäre bei Rosenzweig auch der Fall was seine Dissertation angeht nun findet sich Masiček also und ja Masiček weist darauf hin dass sich das auch schon bei dem sieben zehnjährigen Abiturienten findet also dieselbe Gestellung des Gedankens zum Tode sozusagen als ererbte Selbstverständlichkeit Masiček widmet dem jüdischen Verhältnis zum Tode ein eigenes Kapitel wo er auf die Weltlichkeit und Universalität dieser Vorstellungen verweist nachdem er Rosenzweig zitiert der darauf hinweist dass das jüdische Volk in seinem Inneren die Elemente Gott Welt Mensch versammelt geht er auf diesen Sachverhalt ein das Judentum ist auf die Heilserfüllung der ganzen Menschheit gerichtet dies vollzieht sich in der Wirklichkeit und Weltlichkeit dieser Welt sie ist Heil für diese Welt und sie meint das Heil dieser Welt sie hat an der Welt nicht bloß ihren Ort sondern auch ihren Gegenstand das letztere Zitat stammt von Johannan Bloch wir finden es auch bei Lessing dieses Motiv das in die Erziehung des Menschen Gelegts formuliert wurde und viel vorwegnahm was Hermann Cohen in seiner Religionsschrift formulierte wo er die nahe Verbindung der Außerwildheit des jüdischen Volkes und der Fremdenliebe formulierte aber da war Lessing ein großer Denker gewesen nicht nur im Nathan des Weisen sondern auch in Erziehung des Menschengeschlechts daraus seien die Passagen die übrigens auch Masi Zeck zur Kenntnis genommen hat und in seinem Buch erwähnt also das sind die Paragraph 18 und 1920 also wo Lessing das da thematisiert allein wozu wird man fragen diese Erziehung eines so rohen Volkes eines Volkes mit welchem Gott so ganz von vorne anfangen musste ich antworte um in der Folge der Zeit einzelne Glieder desselben so viel sicherer zu erziehen aller übrigen Völker brauchen zu können er erzog in ihm die künftigen Erzieher des Menschengeschlechts das wurden Juden das konnten nur Juden werden nur Männer aus einem so erzogenen Volke dann weiter denn weiter als das Kind unter Schlägen und Liebkosungen aufgewachsen und nun zu Jahren des Verstandes gekommen war stieß es der Vater auf einmal in die Fremde und hier erkannte es auf einmal das Gute das es in seines Vaters Hause gehabt und nicht erkannt hatte während das Gott sein erwähltes Volk durch alle Staffeln einer kindischen Erziehung führte waren die anderen Völker des Erdbodens bei dem Lichte der Vernunft ihren Weg fortgegangen die meisten derselben waren weit hinter dem erwähnten Volke zurückgeblieben nur einige waren ihm zuvor gekommen das war also aus der Erziehung des Menschengeschlechts Lessing wird ja auch immer als Propagandist von Toleranz immer gesehen also insbesondere wird die Ringparabel aus Natern und Weisen immer herangezogen Das ist dann leider immer so von Oberschullehrern dann so lange traktiert worden ist bis der Inhalt dann da rausgeblasen wurde wie aus Hühnerei aus dem man dann Schmuck für Ostern gewinnen wollte dies ist also bei Lessing dann doch noch anders gewesen das ging ja da um diesen Vater der seinen Söhnen einen Ring der einen also weise und angenehm vor den anderen macht zu schenken und er konnte es aber nur einen Sohn geben und deswegen hat er diese Ringe fälschen lassen sozusagen und die waren dann so beschaffen dass man diese Ringe die bei ihm dann die monotheistischen Religionen symbolisieren dass man die also nicht mehr unterscheiden konnte und ja das kam dann natürlich dann weil jeder den echten Ring haben wollte dann vor Gericht und der Richter besann sich dann ja darauf dass der Ring ja ein angenehm vor den Menschen mache also es wird sich manifestieren dass man die bessere Religion hat wenn die sich blamiert vor den Menschen das könnte man ja jetzt schon beim Christentum wenn man an Hexenverfolgung Kreuzzüge und so weiter denkt ja schon denken das das nicht so angenehm vor allen Menschen macht heute könnten wir bei den Selbstmordattentäter auch sagen ja da hat sich ja jetzt nun auch der Islam blamiert und wir wissen nicht ob es vielleicht doch drei falsche Ringe war und den echten behalten hat es könnte sich dann ja auch noch das Judentum blamieren das ist bislang obwohl Antizionisten das immer gerne behaupten noch lange nicht geschehen wir haben ja auch schon einiges von Masicek angeführt der sich auf das Lessingsche Erbe bezieht das wir auch bei Marx explizit finden der Lessing schätzte Masicek zitiert auch diese Textstelle weil Marx sich auf Lessing bezieht die kann man jetzt auch nicht vorenthalten also bei Marx das ist MEV 1 Seite 74 findet man das ganz oben wenn der Deutsche auf seine Geschichte zurückblickt so findet er einen Hauptgrund seiner langsamen politischen Entwicklung wie der elenden Literatur vor Lessing in den befrugten Schriftstellern die Gelehrten von Fach von Zunft von Privilegium die Doktoren und sonstigen Ohren die charakterlosen Universitäts Schriftsteller des 17. und 18. Jahrhunderts mit ihren steifen Zöpfen und ihrer vornehmen Pedanterie und ihren winzig mikrologischen Dissertationen sie haben sich zwischen das Volk und dem Geist zwischen das Leben und die Wissenschaft zwischen die Freiheit und den Menschen gestellt die unbefugten Schriftsteller haben unsere Literatur gemacht Gott steht und Lessing da wählt zwischen einem befugten und einem unbefugten Autoren hier sehen wir dass Marx da durchaus in der Tradition steht wenn Lessing angeht dieser judenfreundlich war und da wundern wir uns dann über einige Äußerungen die sich allerdings auch aus einer Sozialisation unter den Philosophern also den Junghilgianern also dem Doktor-Club und da manifestiert nicht also wobei ja Feuerbach die Bauers auch judenfeindliche Schriften veröffentlicht haben die zum Teil Marx auch kritisierte wobei er teilweise paraphrasierte so dass man seine Paraphrase für seine Auffassung hielte das hatte ja auch schon der Väter der Revisionisten Bernstein bereits schon festgestellt wo er Marx Judenfrage durchaus mal verteidigte wenn es bei Marx um die Emanzipation des Menschen zum Menschen geht dann steht er in einer jüdischen Tradition wie auch Lessing diesem Erbe zugerechnet werden kann dass Marx Jüdischheit unter einer Leitplanke der Verschwiegenheit steckt wie der Briefwechsel mit seinem Vater zeigt ist ja nun auch schon ausführlich gezeigt worden dass Marx sein Judentum verleugnet und gleichermaßen in seinem Denken verstärkt ist das was Maschisex Thesen durchaus furchtbar macht was sind dagegen individuelle Gehässigkeiten gegen LaSalle den er mal da ging es darum dass er ihm kein Geld leihen wollte und gerade ziemliches Geld an der Börse verpratzt hat er nicht und den hatte er dann Marx jüdischen jüdischen Necker genannt und es gibt auch noch andere Schmäh Ausdrücke die er manchmal gegen Juden wenn er wütend war äußerte das spricht aber weder für jüdischen Selbsthass noch für einen extremen Antisemitismus bei Marx wir haben ja gesehen dass inhaltlich da ja so einiges dagegen spricht und wir werden das auch noch anhand von Maschisex noch weiterhin ausführen müssen das da lassen wir uns ein bisschen Zeit weil das ein Erbe ist der in der gesamten marxistischen Tradition wenig belichtet ist da war ich auch schon froh dass dieser Maschisek da auftauchte und ich bei ihm dann einige Dinge die ich auch schon aus eigenen Leseerfahrungen bemerkt habe da ja auch schon ausführlich beschrieben hat hierbei kann man dann auch noch erwähnen dass Maschisek ja selber ohne das jemals zu vertuschen eine gewisse Zeit also NSDAP Anhänger gewesen war und dann aber einen gewissen Zeitpunkt dann von solchen Leuten dann die Schnauze voll hatte das übrigens katholischen Kreisen zu denen er gehörte ist das ja auch nicht selten gewesen dass da so einige sich dagegen stellten was aber für Österreich nicht so ganz so gilt da kann man das ja an Adolf Hitler dem Katholiken ja auch sehen dass er auch in katholischen antijüdischen Traditionen steht das ist auch so eine Besonderheit ein Unterschied zwischen den deutschsprachigen Ländern aber jüdischen Selbsthass kann man bei Marx also nicht zuschreiben es findet sich da also keine gehässigen Äußerungen gegen jüdische Theoretiker oder gegen die Rabbiner oder so etwas und man hatte ihn ja auch gebeten also sich für die Juden Emanzipation einzusetzen das hätten die Juden wahrscheinlich nicht so ohne weiteres getan wenn Marx für einen radikalen Antisemiten gehalten würde wir haben das ja auch schon anhand vielen Beispielen echten und möglicherweise auch gefälschten darunter dann schon festgestellt Marx war eben nicht Otto Weininger nicht der gegen Frauen und Juden wobei die Juden hasste weil sie weiblich sind nicht das das ist eben halt nicht Marx nicht und Marx gehörte auch nicht zu den Talmud Verächtern die im 13. Jahrhundert zu Bücher Verbrennungen griffen und zwar solchen Ausmaßes denen der Nazis also überstiegt die Nazis haben ja nur paradigmatisch Bücher verbrannt und dann die schlechten Exemplare und die guten haben sie dann in den Giftschranke der Bibliothek gestellt aber bei den Talmud Verbrennungen war es tatsächlich so dass war also Warenladung von Talmud Exemplaren wirklich verbrannten aus all dem können wir weiterhin noch entnehmen dass einfache Beurteilungen Marxens ihm auf keinen Fall gerecht werden er steht nicht in einer antisemitischen Tradition sondern in einer mehr oder weniger verleuchneten oder jüdischen Tradition die teilweise sich auch in ihm sogar noch verstärkte weil das unbewusst gemacht worden ist steht auch im Gegensatz zu dem was er rezipierte und kritisierte auf eine besondere Tradition von Judenfeindschaft im deutschen Dialismus werden wo wir auch schon kurz mal darauf eingegangen sind werden wir auch noch mal eingehen müssen das kann ich dann relativ schnell machen weil ich das in zwei Heften von St. Fraz schon dargestellt hatte also Sukant Fichte Hegel und Schelling habe ich da einiges geschrieben die Hefte sind ja noch zu haben das könnte man auch nachlesen vorher schon aber das wird auch noch mal dargestellt werden so einiges Judenfeindliches das sich sprachlich bei Marx niederschlug ist ziemlich bewusstlos übernommen aus Traditionen die er rezipiert hat und das Erbe wirkt natürlich auch weiter bei den Marxisten wenn man sie so nennen will also bei Anhängern von Marx die sich beim Lesen dann nicht so viel dabei denken die der Tradition eben der Marx Interpretation folgten sei es eine Tradition die dann in den ML also dem Marxismus Leninismus Stalinismus Maoismus und so weiter dann mündete bis sich einiges änderte nach Auschwitz nach dem Sieg der Alliierten über die Deutschen so dass man da ja so einiges auch noch wird aus dieser Tradition lernen können das hatten wir auch schon teilweise ausgeführt wäre dann auch noch hinzuweisen also auf Poljakovs Buch vom Antizionismus zum Antisemitismus wo diese Tradition die nach 67 plötzlich auftauchte emergierte die dann zu einem Antizionismus in der Linken führte was man ja vorher eher bei der rechten Wittern konnte aber der Abend neigt sich jetzt hier wieder mal etwas zum Schluss und wir hören dann noch mal das unbeliebte Lied an allen sind die Juden schuld